Ich bin die Sandra Wiesinger, bin ursprünglich nach Fuhriert und dann vor zwei Jahren nach Katzdorf gezogen. Ich bin Krabbelstubenpädagogin in Katzdorf und bevor ich auf Katzdorf gezogen bin, habe ich mit der Karte nicht wirklich was anfangen können und erst dann später habe ich gesehen, dass das in Katzdorf auf dem Wappen drauf ist und auf der Tracht und wirklich wachsen gesehen habe ich es aber auch noch nie. Aber wenn man dann weiß, was die Karte ist und das früher für Bedeutung gehabt hat in Katzdorf, ist das ganz lässig.